Aaaaaaah! Es ist einstrengend, dass du raus bist. Es kommt auch nicht von allein. Ich muss hier wirklich mit beiden Händen arbeiten. Also das ist wirklich ein negativer Video grad geworden. Was denn? Aber es ist ja so, ich muss mit beiden Händen arbeiten, um die... um die... um die weiße, klebrige Masse da raus zu bekommen. Musst du besser draufdrücken dann, oder? Ne, ich muss es praktisch rausmassieren. Das stimmt doch auch! Mal guck mal, ich muss es hier so rausmassieren. Von oben nach unten, ne? Je nachdem wie du siehst. Diese weiße Creme. Aber ich muss sagen, die weiße Creme macht das so was ganz Besonderes. Gott sei Dank! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Gott sei Dank habe ich nie! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Alles gut! Ich glaube, es hat sich gelohnt, die weiße Creme. Aus der Tüte raus zu passieren. Ich bin langsam von oben nach unten drauf getroffen. Ich kann nicht mehr! So, jetzt ist doch mal ein kräftiges... Ich kann nicht mehr wissen! Ich kann nicht mehr wissen! Ich kann nicht mehr wissen von der weißen Creme! Ich kann nicht mehr wissen von der weißen Creme! Ich kann nicht mehr sitzen! Du fragst, dass ich mich verschnuppe! Merkst du auch? Nur jetzt noch ein Stück! Ne, du warst gerade vollkommen! Leute! Ich habe mega kräperige Finger. Ich werde jetzt noch ein bisschen was von der weißen Creme naschen. Ich kann euch sagen, also das ist wirklich, wirklich cool! Also, die Creme ist super! Zimtbrot mit diesem Zuckersirup auch! Die Creme ist wirklich cool! Die Creme! Die Creme! Die Creme! Die Creme! Die Creme!